Immer dasselbe! Wie kann ich hier leben? Wie ich will! Das Leben kann so unterschiedlich sein. Die einen leben völlig unscheinbar und langweilig vor sich hin und quälen sich womöglich ab mit ihrem armseligen Dasein, in dem es nichts Bemerkenswertes gibt. Alle sind gleich und alle sind unglücklich. Und die anderen, Leute wie Sie, und Sie sind einer unter einer Million. Sie führen ein strahlendes, ein interessantes Leben voller Bedeutung. Sie sind glücklich. Wie wunderschön Sie sind, so schön. Wir werden uns wiedersehen, diese Augen sehen, dieses unsagbar schöne Lächeln, dieses wunderbar warme Gesicht. Ich bin an einem Endpunkt. Es ist, als wäre meine Jugend schon ewig vorbei. Als hätte ich keine Zukunft. Als wäre ich schon 90 Jahre auf diesem Planeten. Ich habe eine goldene Prozesse gemacht, dass wir uns nie verabschieden würden. Ich habe meine Liebe allein gelegt. Mich zieht es hierher zum See. Wie eine Möwe. Ich denke an nichts anderes als an Sie. Ich bin an meinem Ohr, Gott. Wie eine Möwe. Untertitelung des ZDF, 2020